Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu All-Volkasse. Hallo. Willst du dich wirklich so anhören, wird das sehr gut. Nee, ich glaub nicht. Also ich glaube, man hört so ein bisschen, es kommt eine Erkältung. Kann sein, dass die nächsten Tage vielleicht nix mehr kommt. Wo wir kommen zurück? Aber ist vollkommen egal, weil die Leute fragen dann trotzdem, wo die Folgen bleiben. Weil die das ja nicht gehört haben. Deswegen alles gut. Also danach einfach in den Kommentaren selbstständig antworten. Peter ist krank. Also kann sein, kann aber auch sein, dass das morgen wieder super sexy sich anhört. Das wär der Hammer. Oh ja. So. Unser geiles Outfit. Sollte das hier hin, Peter? Hier? Der fängt schon an zu bauen. Ja, wir haben heute was richtig geiles vor. Also wirklich was sehr, 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 sehr geiles. Genau, du machst einen Weg. Aber das hat alles seinen Grund. Denn hier kommt was richtig geiles hin. Was sehr, sehr geiles. Ja, habt ihr wahrscheinlich eh schon noch Thumbnail gesehen. Aber wie das im Kompletten aussieht. Das seht ihr jetzt. Das seht ihr jetzt. Zeig. So, natürlich haben wir wieder eine wunderschöne Straße am Start. Wie immer. Ja. Wir sind halt immer noch das reichste Königreich. Genau. Oh ja, der ist eine zu lang geworden. Was denn da? Unser Bauamt ist ein bisschen langsam. Deswegen sind manche Bauwerke halt noch nicht fertig wie die Burg da oben. Ja, die kriegen so wenig Steuern. Ich hab das schon mitbekommen. Die haben sich die ganze Zeit beschwert darüber. Ich glaub, wir müssen alle kaputt schlagen in dem Projekt und mal ein bisschen was einsammeln hier von den Leuten. Ja, stimmt. Ja, das ist auch einfach, weißt du, wir haben halt noch nicht so viele Bauern zurzeit. Da kann man halt noch nicht so viele Steuern eintreiben. Das ist, glaub ich, das Problem daran. Steuern. Bauern. Null. Genau. Steuern. Null. Die Zeit zahlen wir alles aus eigener Kasse hier. Eben. Das ist der Wahnsinn, Alter. Die haben Wahnsinn. Ich hoffe, mal die Plattform passt so. Ich glaub, die muss noch ein bisschen fetter werden danach. Ich glaub, meine Schaufel ist immer zu laut. Wer Heiko nicht hört, muss bei ihm auf dem Kanal gucken. Dankeschön. So, pass mal ob. Weil genau hinter mir arbeitet auch gerade eine Query. Und ich, und ich arbeite auch. Hallo. Ne, 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 du arbeitest nicht. Okay, okay, bin wieder weg. Hey, warte mal. Ich baue schon mal jetzt das geile Ding, ne? Ja, 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 ja. Ja, mach ein geiles Ding, du. Um zu gucken, wie aussieht. Ich wollte ja nur die... Ihr habt das hier ein unsichtbarer Blog. Ich hasse Minecraft manchmal, ne? Ah, hier. Nein. Doch manchmal schon. Das meint der Peter gar nicht so. Ja, dann nicht. Das ist wundervoll. Also bei Bugs, ne? Loll. Bugs. Was passiert? Hast du gewusst, dass man in der Workbench hin- und herswitchen kann? Nein. In welcher? In der Crafting Station über dem Warehouse. Ja, weil wenn es mehr Rezepte gibt für einen Teil. Ja, es gibt einen Major und einen Miner. Oh, Loll. Was? Ja. Junge. Junge. Warte, wir brauchen ja eh mehr davon, ne? Boah, gibt da eine coole. Ah ja, genau. Ich mache das jetzt erstmal fertig den Weg. So, hör mal. Brauche ich zwei? Ja. Zack. Oh, oh, oh. Alle fertig, Peter. Und? Oh, zwei fertig. Meinst du, da steht die denn gut? Ja, weiß ich nicht. Steht die da gut? Ja, doch. Ich wollte die nur verunsichern. Kennst du doch. Okay. Oh nein, mein Wasser. So hört sich das dann bei mir an, ne? Oh nein, mein Wasser. Ja. Was ist da los? So, hierhin. Und ich habe gehört, du kannst mal streamen, ne? Ja, hoffentlich. Ja, der macht immer nur heiß, der Bürgermeister. Das ist eigentlich ein Wichser. Wir haben jetzt schnelles Internet. Ja, wurde jetzt wirklich endlich mal ausgebaut. Also, es gab einen Zeitungsartikel, dass es in Betrieb genommen wurde, das Internet. Aber. Ja, aber nicht bei dir. Ja, ich wurde schon unsichert direkt, weil jemand geschrieben hat, nur 5000 von 7000 Haushalten sind bis jetzt dran. Der Rest folgt Ende des Jahres. Ja, von den weiteren 3000 von 15.000. Wow, eine Kanone. Krass. Kann man so hoch und runter, aber man kann nicht zur Seite irgendwie. Oder ich zumindest nicht. Doch, geht, geht, geht. Wie? Ich weiß nicht. Mit A und D wurde mir mal gesagt, aber. Kommt auf die Bindings an. Binding. Genau. Kann ich jetzt so machen, ja? Aber ich hätte ja gerne noch ein bisschen, weiß ich nicht, mehr hervorgehoben, wenn du weißt, was ich meine. Ja, du kannst sie natürlich noch schöner bauen, ne? Und wie? Du reißt die ab und machst eine richtig fette Schiss- und Bitzkanone. Eine, die nicht funktioniert. Okay. Aber fett aussieht. Jetzt weiß ich nicht, wie du das Tor drüben gebaut hast. Ich renne mal eben rüber. Jo. Gut, dass das nur drei Sekunden dauert bei unseren Wegen. Wird das etwa Zeit für einen? Nein. Nein. Aber die gibt es doch bei Heiken. Gibt es die schon? Ja. Nice. Jetzt brauche ich ja nur noch meinen Mega. Nicht so gut. Genau. Wie haben wir denn das Tor gemacht? Kannst du ein Chisel-Design mitbringen für die Treppen? Am Orsch. Für die Stormbrick-Tretten. Am Orsch. Am Orsch. Ich glaube nicht, dass du das so hinkriegst wie hier. Hi, Bob. Hi, Bob. Hi. Chisel-Design. Und Dark Oakwood-Fences. Geht das auch? Alter. Hier ist kein Chisel-Design. Doch hier. Hoch oder runter? Was? Hoch, runter? Ach so. Ja, normal. Dann gebe ich dir mal eins, der schon besetzt ist. Und Oak-Fences. Und Oak-Fences. Right, man? Dark Oak-Fences. Was ist denn da jetzt los? Warum passt denn das da nicht? Boah, wenn ich neben dem Beacon auf dem Weg esse, bin ich so schnell wie manche anderen. Der rennt. Geil. Ja. Ich bin gleich da. Hui. 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 Aua. Oh, Steine sind alle. Muss ich nochmal rübergehen. Hi. Hier. Also Steine, Steine. Oh, nee. Hast du echt mit? Fenzes. Schissel. Schissel. Boah. 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 Dankeschön. Und hier unten machen wir einen Gargäule. Da bringt er die Falschen mit. Guck mal, ich habe einen Gargäule hier hingesetzt. Kennst du ihn schon? Der ist aber echt mickrig. Oh, lol. Oh, lol. Ich meine, den können wir vielleicht wirklich aus Chisel-Bits ein bisschen größer bauen. Ja. Denke ich mir auch. Harko. Ja. Ich habe mich vertan. Hier vorne muss noch das Tor hin. Oh, das ist aber schade. Ich habe keine Chisel. Hast du eine Chisel? Also eine Chisel-Bits-Chisel? Ja. Boah, mein Gott. Was für eine geile Sau. Weißt du, nur das ist der Grund. Mega vorbereitet. Oh, ja. Dankeschön. Ich musste mal rübergehen. Für was? Ich habe übrigens 38 Gargolz noch. Ich habe 40 Gargolz gebaut. Oh. Jetzt haben wir kein Eisenmäher. Das wäre geil, weil alle gesagt haben, bau Gargolz. Ich wusste ja nicht, dass die nur so groß sind wie eine Kepfe. Ja, stimmt. Die sollten schon größer sein. Wir sollten das wie bei Harry Potter machen. Wir bauen so riesige Dinger. Kannst du Laternen mitbringen? So spät. Schade. So riesige Statuen, die in die Mauer eingesetzt sind, weißt du? Und die wir dann aktivieren können. Und dann kommen die ja praktisch außen und kämpfen für uns. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Der kommt hier hin, hier hin und hier hin. Alles ausgeleuchtet. Ich denke mal, auf die Treppe machen wir Glowstone. Chisel-Bits-Zeug. Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Okay. Nice. Weil da Laternen rein wäre, glaube ich, ein bisschen doof, oder? Also am Rand viele Laternen und in der Mitte Schisel so ein Bit-Zeug. So vielleicht? Ja. Dass man die Laternen einfach wieder als Dekor hat, ne? Ja, 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 ja. Das wäre der Oberhammer. So, ich habe die Second Gate Position, ja. Na. Los, Sprinte. Ja, super. Springt die schon? Was? Oi. Dann kann uns mal einer reinlassen. Warte, ich gehe eben hoch. Genau. Ich bin gleich oben. Ah, jetzt muss ich hier kurz mal ein bisschen Ancient Warfare, ne? What? Ha. Aim up, aim down. Achso, du musst ja Ancient Warfare haben. Okay. Na dann. Hier steht Turn oder Ding Left. Ah, jetzt sehr, sehr langsam aber. Ah, sehr, sehr geil. Hat sich echt sehr, sehr, sehr echt angehört. Ah, sehr, sehr geil. Wie schnell das geht. Kannst du mal stehen bleiben, Peter? Äh, du machst das hier neu. Weiß nicht, wo ich gerade hinschieße. Das ist so ein kleines Problem. Oh, Leute, jetzt kann ich voll niedrig aimen. Ah, das ging super gut. Ah, hier. Oh, jetzt, jetzt habe ich, ja. Verstehe. Warte, jetzt bin ich an die andere Kanone gegangen. Mom. Muss ich mir vorstellen, wenn hier die Leute so durchreiten, Mom. Und? Wie schieße ich? Oh. Boah. Alter, was war das denn? Hattest du deine Rüstung an? Ja, alles hatte ich an. Und ich sehe nur so einen riesigen Klotz, da habe ich es zufliegt. Ich war am Essen gemütlich. Boah, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir so viel Schaden macht, ey. Warte, nicht, nicht meine Sachen, meine Sachen. Oh, wie cool. Man ist jetzt super langsam geflogen, ne? Ja, da kannst du ja rumtanzen. Oh, oh, warte, warte, jetzt. Oh, wie perfekt ich dich einmal getroffen habe. Ich habe gedacht, der fliegt viel weiter. Du hast dich genau am Kopf getroffen. Und weißt du, die Angleiter hat es so hier eingeschlagen, du bist jetzt gerade. Wie denn? Wie ein Pfeil. Ja, super. Ja, so soll es auch sein, ey. Okay, ja. Ja, aber die Kanonen lohnen sich auf jeden Fall schon mal, ey. Ich glaube, es ist so schwer, jemanden zu treffen wahrscheinlich. Aber guck mal, es sieht doch schon ganz gut aus. Müssen wir nur ein bisschen was Zona upgraden und die Zugwuchtküller dran machen. Ja. Boah, heftig. Überleg mal, du hattest voll dir Equipment Chant und dir hattest ich gewonnen, ihr hättet. Ja, ich war instant. Super krass. Also es hat wirklich ausgesehen, der ist so langsam geflogen bei mir. Ja. Ja, bei mir auch. Und ich war noch am ersten Sorgemögen. Ich dachte so, ich mach mich mal voll abweh, tot. Ja, Job, ey. Okay. Aber gut. War das die richtige? Was? Das ist aber gut? Ja, ja, ja. Ja, nice. Aber gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war es von der heutigen Folge Castle. Kommt wahrscheinlich, wie gesagt, um 18 Uhr. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und guckt mal Peter vorbei. Tschüss. Tschüss.